hallo hallo liebe freunde da sind wieder in monkey island 2 mit mir eurem retro floppy und der floppina ja wir befinden uns jetzt auf booty island und haben das erste stück der karte entdeckt schau an kartenstück das ist ein teil der schatzkarte von big whoop ich weiß nicht allzu viel darüber aber in der bücherei soll es ein ganzes buch darüber geben ja wir kaufen mal das holzbein da noch kann man das kaufen ich würde gerne das da kaufen stark nicht wahr zu dumm dass es nicht zu verkaufen ist okay das können ich kaufen aber wir brauchen ja eh nochmal versunkene gallionen boot mit gläsernen boden boot mit gläsernen boden ja müssen mit hier drei stunden tipps trips ich kann heute einfach ausprobieren sie die welt besichtigungen hallo mein name ist guy brush ich bin captain cap size willst du ein schiff chartern ideal für hochzeiten beerdigungen geburtstagsfeiern und was du willst ich suche den schatz namens big whoop ja als ich mal erst am alt auf der limping lippe war suchten wir auch nach dem big whoop wir hörten er sei auf einer insel namens blinky einen vergraben wir haben weder die insel noch den schatz gefunden irgendwann starb der captain an lange weile hoffentlich hast du mehr glück könnte ich eines von den flugblättern haben ja okay ich hätte interesse ein schiff zu chartern prima nicht die leute hier wollen ein boot mit glas boden chartern bald versuche ich mein glück auf fern island aber erstmal bleibe ich hier das kostet sechstausend gold stück ich habe lediglich 315 gold stücke dann besorgt ihr mehr ein wenig mehr oder und jetzt machen wir was witziges heute letzter tag bevor ich nach fett island gehe nimm captain kate was macht ein nettes mädchen wie du an einem platz wie diesen es versucht sich typen wie dich vom hals zu halten dann machen wir es noch mal öfters hier einmal zu oft besichtigungen ich kann zehn minuten die luft anhalten um mich einzumachen brauchst du länger dann nehme sie noch mal weißt du man nennt mich den knochen meister seltsam dass sich überhaupt jemand irgendwie nennt das geht noch eine ganze weile weiter besichtigung also für ein mädchen wie dich könnte ich mich erwärmen hoffentlich auf eine brennendem schiff und noch mal was ist ein sternzeichen betreten verboten und noch mal würdest du gerne mal meine tätowierungen sehen würdest du gerne eine neue mitten im gesicht kriegen das macht spaß brot mit gläsern boden willst du mal meine muskeln fühlen ruf an wenn du welche gefunden hast einfach ausprobieren hat dir schon mal jemand gesagt was für tolle augen du hast ist jemals ein mädchen darauf reingefallen seh die welt willst du mal meine narbe sehen ich habe schon leichen am an ich habe schon leichen von armachern gesehen was einfach ausprobieren sorry lass uns irgendwo hingehen wo wir in ruhe reden können möglichst weit voneinander weg und noch mal nimmst du es mir übel wenn ich sage du bist wunderschön verschwende deine zeit nicht und noch mal bist du nicht ein bekanntes model bist du nicht ein berühmter trottel und noch mal willst du mir helfen schätze auszugraben willst du begraben werden schätzchen ich mag sie du siehst wie ein klasse mädchen aus du musst juerdes sein und ich dachte schon fast du kannst gar nicht so dumm sein wie du aussiehst nimm captain kate bei mir bist du in guten händen baby und bei allen anderen in besseren oh das war es schon jetzt wiederholt sich's bist du nicht ein berühmter trottel okay dann geh mit einmal in den kostümshop das hat dir jetzt gar keinen sinn das hast du einfach so gemacht ja das ist einfach toll ich hatte passiert irgendwas nee das ist einfach nur lustig dann gehen wir hier mal zu stanz aber eigentlich brauche ich ja doch von sie hat doch den den alkoholfreien grog hm wenn du auf rede gehst was kommt dann noch ich mach mit ihr aber hm huch ich muss doch zu dieser party du und jeder andere auf der insel auch wenn du ein schiff brauchst weißt du wo du mich findest hm aber wie komme ich jetzt an ihren oh ich ich konnte das spiel mal auswendig ich weiß grad nicht mehr wie ich an den schnapps rankomme aber wir gehen wir zu stan ja ja stan haudi willkommen bei stanz leicht gebrauchten sergen wir versorgen die toten für wenig banknoten wonach suchen sie mein herr soll es eine urne sein für großmutters schreien hält dich die suche auf trab für ein neues familien grab sie haben glück sehen sie sich all diese hervorragenden objekte an noch nie von einer lebenden seele berührt die meisten nur wenige stunden benutzt zu früh beerdigt wenn sie verstehen was ich meine also schießen sie los oder sind sie tot in beiden fällen sind sie genau richtig hier hatten sie nicht mal gebrauchte schiffe verkauft ja eigentlich schon aber ich wollte in ein fach wechseln in dem es unwahrscheinlich ist dass kunden wiederkommen und sich beschweren übernehmen sie auch beerdigungen natürlich übernehmen wir auch beerdigungen und nicht nur diese traurigen schwarzen drei taschentücher beerdigungen wir bieten auch eine echte faschings beerdigung mit musik und tanz und kostümen ich sage immer wieder bei stanz macht eine beerdigung noch spaß ich suche einen guten gebrauchten sarg erstaunlich als sie gerade hier reinkam dachte ich mir das ist jemand der einen guten gebrauchten sarg braucht ich habe da ein perfektes angebot gleich hinter ihnen werfen sie mal ein paar blicke drauf also dieses hier ist der mercedes unter den särgen sehen sie nur die beinfreiheit da wäre sogar platz für long john silver hier ich zeige ihnen das mal ja ein mann kann wirklich in frieden und komfortabel in einem von diesen ruhen kann ich ihnen sonst noch etwas zeigen äh wie viel kostet der sarg nun das ist etwas kompliziert die preise hier bei stanz sind flexibel basierend auf den mitteln unserer kunden um auch dem ärmsten seelen ein anständiges begräbnis zu ermöglichen das ist sehr sozial von ihnen also wie viel geld haben sie bei sich ich habe 315 gold stücke ich verstehe eine schöne verbrennung wäre in dem fall das beste ich bin noch nicht ganz auf särge eingerichtet es ist nie zu früh eine beerdigung vorzubereiten wenn sie jetzt eine reservierung vornehmen kriegen sie eine besondere stelle auf dem scab island privatfriedhof und erhalten zudem jede menge nachlass auf mietgebühren mietgebühren ja für grillpartys sportfeste und ähnliches ich brauche etwas einbalsamiert na da sind sie genau an der richtigen stelle ihre lieben kriegen ihr fixed dance besonderen haltbarkeitsmix sind wir erstmal fertig mit der leiche haben sie eine stabile und keine weiche wusste gar nicht wie clever bestattert sein können ich wollte mich nur ein wenig umsehen tut mir leid das gesundheitsamt verbietet mir noch lebenden personen freien zugang zu den aufbewahrungsstätten unserer kunden zu gewähren so ein mist ich muss weg bis demnächst hier nehmen sie dieses werbetaschentuch meine art zu sagen mein beileid ist jetzt das logo aufgefallen hinten rechts auf dem sack ist ja geil das lucasarts logo ja so schöne kleinigkeiten im spiel das war voll fies das was du dann jetzt machen musst oder ich habe sowas in erinnerung aber ich habe gerade wo willst du hin mann wir müssen nochmal nach scab island ich brauche ja immer noch den 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 hammer und die nägel nimm nägel nimm deine hände da weg ich brauche sie alle ich habe so viel vergessen merke ich gerade rede mit zimmermann ahem ja lago lagrang wird sie nie wieder belästigen ja ich hörte marty hat ihm ein paar nadeln in seine unterwäsche gesteckt oder sowas in jeden fall ist er aus der stadt nein ich war das du was machst du mit lagos unterwäsche also das ach was soll's ich schaue mich mal ein wenig um aber sicher da wudopuppe an zimmermann nein danke haben wir irgendwas was ja irgendwie blinkt das handy gerade ja das macht sache ach das ist diese dämliche ich muss mal bixby deinstallieren bixby ist echt das dümmste was ein handy haben kann ich brauch das auch nicht ich hatte es mal irgendwann installiert und es ist echt doof ne da wollte ich gar nicht hin ich wollte da hin und was anderes fieses machen benutze gut polierte alte säge auf Holzbein hui ja der weg geht eben hier rede mit männer ohne moral ich sollte mich hier besser aus dem staub machen ok ok mein bein hilfe jemand muss einen doktor holen rede mit männer ohne moral nicht jetzt siehst du nicht dass hier ein schrecklicher Unfall passiert ist ah so können wir den zimmermann ablenken denk ich mal dann hol mir mal den doktor für den armen beinlosen piraten oh der ist schon weg cool nimm nägel nimm hammer kann man das schild nehmen nö kalender kann ich nicht der ist fest an der band verklebt ok gut dann gehen wir zurück zu stan und tun stan einen einen netten gefallen über den sich stan freuen wird wo willst du hin man nach booty island so 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 ich wusste dass sie wieder kommen das machen alle meine kunden am ende könnten sie mir den sarg nochmal zeigen aber gern nicht so das ist nicht der übliche einsachtig sarg 1 80 sarg dieser ist volle 2 30 so dass sich keine unangenehmen knochenverschiebungen ergeben könnten sie da wohl nochmal reingehen könnten sie da wohl noch mal reingehen natürlich schließe sarg benutze hammer auf sarg auch geschlossen ist er sehr geräumig ich höre sie da oben klopfen was sie da hören ist solide eiche ja es ist wirklich nett hier drin hey der deckel klemmt äh entschuldigen sie mein freund könnten sie mal nachsehen ob der verschluss zugefallen ist der deckel scheint zu klemmen hallo ist da draußen jemand juhu hilfe ich komme hier nicht mehr raus ok ein witz ist ein witz aber nun will ich raus öffnen sie sofort diesen sarg irgendjemand ok wir nehmen mal den kruftschlüssel ich habe wirklich platzangst jemand wird dafür bezahlen müssen ich werde ja ich würde hier ausbrechen aber das verdammte ding ist zu gut gebaut nun wenn ich schon in einem sarg verstecke dann wenigstens im deluxe modell hier ist es wirklich ziemlich geräumig vielleicht mache ich ein nickerchen hoffentlich ist das ding nicht luftdicht ich bin nicht tot ich verliere wertvolle zeit im geschäft lasst mich raus ich muss mal auf die toilette ich bin nicht tot juhu die da holt sie es wieder sind sie immer noch da draußen hallo so jetzt haben wir den schlüssel für die gruft also müssen wir wieder wo willst du hin man müssen wieder zurück nach scab island und jetzt können wir hier die gruft von dingsbums öffnen von von ne 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 von friedhof oder ja friedhof von äh ja vom schiffskoch halt der jetzt die würstchenpude hat von 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 dingsbums halt stans gemütliche gruft hier lassen sie ihre sterbliche hülle und nicht ihr ganzes geld benutze gruftschlüssel in gruft gehe runter in gruft schick schick öffne ja es ist gemütlich ich fand den witz mit ohne guten grund mache ich keinen von denen hier auf öffne sag schau an sag hier steht ein zitat küss mich ich hab's go boot Glück ist eine warme seekuh arg feichen sind rot äh blau rosen sind rot wir ändern euch jetzt dann seid ihr bald tot lach mich nicht aus mundwasser wir brauchen kein stinkendes mundwasser ja die füße sind auch geil schau an füße das nennt man nachlässige arbeit nimm füße keine chance dann bricht vielleicht alles zusammen ok also das bross das richtige zitat jetzt äh was hat der einzelne man immer gesagt ich guck nochmal das buch hier schau an big whoop legende oder realität hier steht es gab vier piraten rapscallion der koch young lindy der kabinjunge das brechen wir jetzt ab rapscallion wa äh wir mussten nicht wissen was sie gesagt haben boah ich die quagmiers betreten verboten das ist die richtige Gruppe die ich geöffnet hab die rickets betreten verboten die rickets betreten verboten ja es ist die richtige Gruppe die grouts betreten verboten ist das doch gar nicht so lange her dass das das links doch ist doch gar nicht so lange her dass wir es damals durchgespielt haben warnung quarantänengeruft die hier begrabenen starben am grünen fingerfieber das ist doch nicht so lange her dass wir es gespielt haben aber ich meinte du musstest wissen was der gesagt hat und wem weißt du denn nochmal alles über die ich glaube wir müssen äh dann muss ich wahrscheinlich äh nochmal in die Bibliothek dann kannst du gleich sehr sehr hochnäsig reden und nasal als Bibliothekarin aha 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 i like it aha aha schau an karteikarten guck mal nach Rapscallion ob es da was gibt ob es da was gibt Pessimismus der bodenlose Abgrund Planung siehe Organisation ich muss da hinten anfangen du bist ja noch bei P ok Roman der Schlappspanz GT und ich von Helene Marley ho 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 Roman sie war schön wie die Sünde und feurig wie ein steifer Grog Roman wo die Fregatten finster dümpeln Gruselgeschichten von Stephen King Kling Roman der Säbel in der Tastatur Finstermänner setzen ein Übersetzer unter Druck Reisen wir lagen vor Madagaskar wichtige Schutzimpfung für den Urlaub Recht wie würden sie entscheiden Kriegsgerichte in der Diskussion Quarantäne Bleib mir vom Leibe so hält man Leute mit Masern Mumps und Röteln fern Ratgeber vergiss die Quittung nicht hatten wir die Kugel im Musketenlauf Lust Light Action und pro Seite zwei Leichen Reisen die Karibik für null Goldstücke am Tag als Pirat statt als Tourist Reisen wir das hatten schon Recht wie würden sie entscheiden Kriegsgericht Hast du das Recht zu nehmen schon? Hm Hm Da guck ich mal nach bei S Sünden Die sieben Todsünden Stochastik Na gut es gibt einen Trick Fortsetzung von zu Wieso die Bank gewinnt Stochastik Wieso die Bank gewinnt Fortsetzung von Sie können nur verlieren Sie können nur verlieren Warum sich Glücksspiele nicht lohnen Sport Doppelhacken Otis Boxkarriere eines zweifachen Mutierten Spiel und Spaß Mann über Bord und haltsame Methoden die letzten Vorräte an Bord zu verlieren Selbsthilfe wenn Piraten zu sehr lieben Du springst so immer durcheinander Willst du mal ein bisschen spielen? Nö, schon gut Wir können auch wechseln also Wir reden mal mit der guten Dame da wieder mit Bibliothekarin Bist du bereit? Also schön Nasa, du kannst auch die Brille ein bisschen weiter nach unten machen Aha Dann klickst du automatisch so Sag mal was Ich sag mal was Keine Ahnung Sag mal was Ich sag mal was Wie du magst Also ich finde rein optisch erinnert die mich Es ist zwar nur Pixel aber die sieht ein bisschen aus wie Erinnerst du dich an die Lehrerin aus Jimmy Neutron? Hätte ich jetzt erst an Ghostbusters gedacht Okay Gut, reden wir mit der Bibliothekarin Wollen sie eine tolle Geistergeschichte hören? Psst Dies ist eine Bibliothek Flüstern Also warum geht's? Warum haben sie da hinten einen Leuchtturm? Demnächst wird hier ein neuer Leuchtturm gebaut Das ist das Modell des Architekten Funktioniert das? Es wäre ja sonst kein besonders guter Leuchtturm, oder? Eigentlich meinte ich das Modell Oh Ja, das Modell funktioniert normalerweise auch Zwar ist gerade die Birne durchgebrannt, aber ein Modell der Linse ist drin Ich suche ein Buch Haben Sie einen Büchereiausweis? Nein Wie kriege ich einen? Ich bräuchte einige persönliche Angaben Name? Hermann Tufrod Adresse? 221 B Baker Street Alter Neu äh 21 Beruf Freischaffen Irgendwelche Laster Rauben und Brandschatzen Aha Gut, ihr Büchereiausweis wird an die Adresse geschickt, die Sie mir genannt haben Bis dahin können Sie jedoch diesen Probeausweis benutzen Sie können bis zu vier Bücher gleichzeitig ausleihen Mehr Titel könnte ich mir sowieso nicht merken Welches Buch suchen Sie denn? Hoppla, da fällt mir dieser wichtige Termin ein Bedenken Sie, Schweigen ist Gold Da fällt mir ein, mir fällt gerade ein, wo wir das Buch, das wir wirklich brauchen, gerade herbekommen Das ist aber schön Das liegt auf dem, wobei wir machen was anderes noch Ah, jetzt, jetzt, jetzt geht's nicht mehr Ich hab, jetzt müssen wir warten, bis wir Und zwar machen wir was anderes Nettes, denn in diesem Spiel macht Guybrush nur nette Sachen Wie immer, also bitte Ja, ich fand so in Ich glaub, das ist immer total in Ordnung In eins, drei, vier und fünf war er netter als in der zwei In der sechs ist er auch nicht so nett, im letzten Teil Mir tun immer noch die Tiere leid Benutze Flugblatt mit Poster Yay Viel netter Schau an, Poster Das ist Captain Kate Geh zu, halt da lang Halt da lang Geh zu Weg Wegchen Tap, tap, tap Obwohl bei Guybrush ist wahrscheinlich ja stumpf, stumpf, stumpf Entschuldigung Sind Sie nicht Guybrush Reapwood? Mein, mein Name ist Kate Capsize Sie müssen mich mit jemandem verwechseln Kate V Das ist ein sehr ungewöhnlicher Name Vielleicht haben Sie einen Ausweis dabei Mein Ausweis ist auf dem Schiff Warten Sie, ich hol ihn schnell Netter Versuch, Mr. Streepwood Ich weiß nicht, wie Sie ausgebrochen sind Aber ich bringe Sie zurück Der Blick von hier, wie sie noch in die Kamera schaut Ja Wir gehen jetzt nochmal zum Haus des Gouverneurs Zum Haus von Governor Fett Öffnen die Tür Schon ganz nice, ne? Ja, aber Governor Fett ist schon eklig Ja, der Typ ist eklig, aber das Haus ist nice Vor allem muss das auch stinken wie sonst was Mhm Achso, äh Rede mit Wache Hey, solltest du nicht im Knast sein? Sie verwechseln mich mit meinem Cousin Guybrush Oh Die Ähnlichkeit ist unverkennbar Da ist ein Feuer in der Küche Wirklich? Da guck ich besser mal nach Mhm Er ist schon schlau Und dann gehen wir hoch Zum Governor Ja Also das muss unheimlich stinken Aussprüche bekannter Piraten Schau an, Aussprüche bekannter Piraten Auf dem einen Band steht Aussprüche bekannter Piraten Das müssen wir jetzt tauschen, das Buch So Schau an, Aussprüche bekannter Piraten Glück ist eine warme Seekuh Barney Gout Küss mich, ich hab's, go boot Old Skunk-Eye Arr Rapscallion Feichen sind blau, Rosen sind rot Wir entern euch jetzt, dann seid ihr bald tot Feste Leech Mundwasser? Wir brauchen kein stinkendes Mundwasser Commander Commander Buttonhead Commander Buttonhead Haus Wo dann praktisch ein Tisch hochgefahren ist Das stimmt Das ist nicht so aber ja Ja Ich verstehe was du meinst Ja Bisschen Bildung Zum Thema ein bisschen Bildung Vielleicht kannst du dir grad mal erzählen Woher du diese ganze Bildung hast Ihr habt's Ja Ihr habt's vielleicht geahnt Ja Oder vermutet aber Nein, nein, nein Soll ich's auspiepsen? Ja Echt? Ja Wirklich? Ja Das ist aber sauviel Arbeit in der Nachbearbeitung Du schaffst das schon Was? Geht's ernsthaft? Ja Wirklich? Ja Echt? Ja Weiter geht's drauf Ja, du wolltest was sagen Was wollte ich denn sagen? Ja, was du so machst Was ich so mache? Ja Hm Was ich so mache Ich forme Die Gehirne Einer Menschen Keine Ahnung Kann man erst sagen Ich bin Lehrerin Ja Ja Woll ich echt gleich den Namen rausschneiden? Ja Ich heiße Floppine Okay, okay Das ist mein Name Gut, gut Okay, ich schau mal an Sarg Da war der oben links Schau mal an Sarg Arr Arr Öffne Sarg Hm Neicht Nimm Asche Fein zerrieben Dann gehen wir mal zur Voodoo-Läden Vielleicht musst du wieder Die Die Und musst du Bedeutungsschwanger Und Mysteriös Sprechen und so Richtig Alles für die Zuschauer Alles für den Dackel Alles für den Dackel Unser Leben Ich muss weitermachen Ich kenn's nicht weiter Für den Hund Achso Hallo Das ist echt so voll ähm Suche Karin Das ist geil Nehm Äh Schau an Glas Zarter Touch Piratenbruder Verhindert Stumpfreibung Und Augenklappenreizung Äh Schau an Glas Frucht Cocktail In Sirup Schau an Glas Spinnenlungen Was brauchst du denn? Goldene Zunge stinkt hier Odomo Asche zu leben da ist es Nein danke das brauche ich nicht Doch das brauchen wir Musst du das mit dem Dings kombinieren? Wie der Darm Wie der Darm ist der Tripwood Wie der Darm ist der Tripwood? Hey äh für dieses Zeug hätte ich etwas Asche Bringen sie mir Bringen sie mir Nun Es gibt nur noch ein kleines Problem Ich habe das Rezept vergessen Was? Es ist so lange her Und ich habe das Kochbuch nicht mehr So ein Mist Hast du noch mal ein Bibliothek? Haben wir das Spiel damals Auf zum Ort Haben wir das Spiel damals leicht gespielt? Kann das sein? Mh... Normalerweise machen wir das nicht Okay gut gut Dann würde ich aber sagen dass wir halt mal jetzt gerade kurz uns verabschieden und uns dann in der nächsten Folge wiedersehen Pause Sag Tschüss Floppine Tschüss Floppine